Wo bin ich denn jetzt? Hier, links von mir. Dann können wir das zusammen ein bisschen zaubern und machen heute Bruschetta. Bruschetta, also. Hast du schon mal Bruschetta gegessen? Ich hab ... ja, gab's noch beim Griechen, glaub ich. Wir fangen an. Genau, dann schneiden wir das mal so. Zack. Pane heißt Brot, bitte hier nicht. Pane? Pane. Wie Peter Pane. Wolltest du ihn auch kleiner schneiden eigentlich? Scharf, du. Ja, ja. Durch wie Butter, ne? Was? Probier mal eins, komm. Trocken? Mhm. Na, ist trockenes Brot. Nee, damit du nachher mal den Unterschied merkst, was man alles mit Brot Schönes machen kann. Ja, das hätte ich dir vorher sagen können. Aufs Backblech. Uno, due, tre. Ach so, ich muss weiter. Ja, quattro. Und? Fünf. In den Ofen. Die schneiden wir in kleine Stückchen. Ich hab gar kein Messer. Ich zeig das dir jetzt. Ein Vogel. Wo bist du jetzt hergefahren? Was bin ich jetzt gefahren? Ich bin über die A1 dann auf die A5, glaube ich.